So, liebe Fans der Preußen, heute das nächste Stadtderby. Preußen-Berlin gegen die Berlin Blues. Bei mir nun der Trainer von den Preußen. Simon, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute hier. Ja, bitte. Freut mich immer wieder sehr. So, zwei Spiele der Liga, souverän gewonnen. Was ist so dein erster Eindruck eigentlich zu diesen Spielen? Ja, also wir haben immer gut gestartet. Wir sind läuferisch gut auf der Höhe. Wir schießen zu wenig Tore. Also wir haben sehr viele Chancen und produzieren einfach noch zu wenig Torerfolg. Und woran liegt das so deiner Meinung? Ich glaube, die Spieler sind noch sehr nervös, noch sehr aufgeregt, haben noch viel Druck. Die letzten Jahre waren ja nicht erfolgreich. Und ich glaube, das ist bei jedem noch so ein bisschen im Kopf drin. Aber das sollte sich dann langsam lösen in den nächsten paar Spielen. Nun, bei der Pressekonferenz von FAS Berlin hast du auch gesagt, beim letzten Drittel fehlte so ein bisschen die Luft hinten raus. Es war eher kämpfen, was da noch angesagt war. Wie möchtest du das zukünftig eigentlich mehr in Konditionen umwandeln? Ja, das ist natürlich im Training. Also wir müssen im Training noch mehr laufen, noch intensiver trainieren. Aber das kommt auch mit der Zeit. Also wir haben ja nur zweimal Eis in der Woche. Und wir arbeiten sukzessive immer weiter, immer mehr. Wir mussten ja langsam einsteigen. Manche haben im Sommer noch gar nicht zur Mannschaft gehört. Da weiß man nie, was die gemacht haben im Sommer. Mit einigen konnte ich Sommertraining machen. Da wusste ich, die sind einigermaßen bereit. Aber man muss sich langsam rantasten. Wenn man die gleich am Anfang überlädt, dann gibt es Verletzungen und es bringt auch keinem was. Das ist natürlich dann auch mal ein ganz anderer Weg als in den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Einfach mal langsam rantasten. Wo siehst du jetzt bei dem jetzigen Karte, den wir für die Regionalliga haben, so die Qualität? Wir sind eigentlich eine sehr spielerisch starke Mannschaft. Teilweise zuverspielt. Müssen wir auch noch ein bisschen abstellen, dass wir geradliniger sind zum Tor. Es ist jedes Mal meine Ansprache. Mal so einen Pass weglassen und dafür mal lieber einmal mehr schießen. Aber es ist eine Stärke. Man muss es nur kontrollieren. Und dann wird auch mehr Torerfolg bei rauskommen. Okay, wenn du sagst spielerisch, das hat man durchaus gesehen beim ersten Spiel. Man versucht vor dem Tor so den Punkt noch ein bisschen hinherzugeben, anstatt es direkt rauf zu zielen. Wo kommt das her, so dieses Verspielte? Das ist ja eigentlich nicht so unbedingt die volle Intention eines Eishockey-Spielers. Ah, naja, eigentlich schon. Also Eishockey-Spieler sind gern verspielt, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und das hat man immer dann gesehen, wenn wir läuferisch überlegen waren. Also wirklich Dampf hatten. Dann hat es angefangen. Als dann so ein bisschen die Puste ausging, lässt es dann nach. In den Testspielen war das gegen die Blues ganz deutlich. Da waren wir läuferisch sehr überlegen. Und da wurde nochmal, 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 nochmal gespielt. Wird heute aber ganz anders sein, denke ich mal von aus. Okay, du sagst Testspiele gegen die Blues. Das haben wir ja doch haushoch gewonnen. Das muss man dazu sagen. Wäre es eine Überraschung, wenn das heute anders wäre? Also ich erwarte schon einen Sieg natürlich. Aber es wird ein engeres Spiel werden. Ich habe jetzt schon hier in der Gabine von den Blues ein paar Gesichter gesehen, die beim Testspiel nicht dabei waren, die ich kenne. Also da sind ein paar Spieler dabei, die wirklich was können und die werden verstärkt heute sein. Also es ist nicht die gleiche Mannschaft wie im Testspiel. Okay. Was ist denn heute dein Wunsch für dieses Spiel am Ergebnis? Ein klarer Sieg. Ein klarer Sieg. Ja, also ich sage mal, wenig Tore kassieren ist immer ganz wichtig. Wir müssen wenig zulassen, wenig Konter zulassen vor allem und vorne unsere Chancen nutzen. Also ich sage ja immer so 15 bis 20 Torschüsse pro Drittel und dann so zwei bis drei Tore pro Drittel. Das ist natürlich ein riesenhohes Ergebnis, aber es wird ja nicht so passieren. Also wenn wir so fünf Tore schießen, dann ist es okay. Dazu gehört es natürlich auch, vor dem Tor die Laufwege direkt gut zu nutzen. Ja, auch sich nicht nur auf den Puck zu konzentrieren, also nicht nur Puck führend sich darzustellen. Nun haben wir in den letzten Spielen auch gesehen, dass durchaus vor dem Tor sich alles sehr stark auf den Puck konzentriert, auf eine Seite zieht, links oder rechts. Und dann im Endeffekt auf der einen freien Torseite keiner steht. Wie kann man das deiner Meinung nach nochmal besser koordinieren? Ja, da müssen wir es einfach besser aufteilen im Drittel. Aber eigentlich muss das Ziel mehr sein, dass wir mehr vor das Tor gehen, anstatt neben das Tor. Also weil wir wollen viele Schüsse aufs Tor und dann Leute vor dem Torwart die Sicht nehmen oder eben direkt die Rebounds nehmen. Also so Querpass vor dem Tor will ich eigentlich erstmal gar nicht haben. Also ich will erst, man sagt immer die dreckigen Tore, ja. Die Dinger müssen erstmal rein und dann kann man spielen. Das hört sich natürlich sehr gut an. Nun, ein Spieler hat die Preußen verlassen. Das kam jetzt vor kurzem über den ETA. Stettmar, Lukas Stettmar ist wieder in seine Heimat gegangen. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung zu der Situation? Er sagt ja aus beruflichen Gründen. Ja, hat er mir auch gesagt. Er hat mich kurz um ein Gespräch gebeten. Er hat gesagt, er hat da ein Jobangebot aus der Heimat. Und dann habe ich gesagt, ja, also überhaupt kein Thema. Dann machen wir eine Vertragsauflösung, übergib die Wohnung ordentlich und dann kannst du natürlich deinen Spielerpass frei haben für den neuen Verein. Okay, und wie weit wird er der Mannschaft fehlen? Ja, ich denke, wir können ihn gut ersetzen. Wir haben ja noch unseren Oleg in der Hinterhand, wo jetzt hoffentlich bald mal der Pass kommt. Ja, der wird, denke ich, eine super Ergänzung sein für die Mannschaft. Ist im Training super dabei. Geiler Typ. Also wirklich geiler Typ. Macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Und macht auch gute Stimmung auf dem Eis mit den Jungs. So einen braucht man ja auch. So einen Motivator. Okay, dann sagen wir mal, auf ins nächste Stadtderby. Berlin Plus. Wenn du Zeitnahe hast, nochmal nach dem Spiel gerne wieder hier. Natürlich, machen wir. Ja, in diesem Sinne dann. Viel Erfolg heute. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank.